Also, in diesem verregneten Montagnachmittag nach der Wahl begrüße ich alle, die jetzt schon so früh da sind, ganz herzlich zur 223. Montagsdemo. Ich sehe ja schon, der Peter mit seinem Bürgerbrief ist da, den darf ich nachher auch gleich noch auf der Bühne begrüßen, der wird heute die Hauptrede halten. Jetzt zunächst aber eine ganz herzliche Begrüßung für Bernd Köhler und Jan Lindquist, die aus Mannheim zu uns gekommen sind. Sie sind ein Teil des elektronischen, des kleinen elektronischen Welterorchesters. Sie haben schon in den letzten Jahren mehr Reise gewonnen und Sie werden uns jetzt zwei oder drei von Ihren Liedern vortragen. Ganz herzlich begrüße ich auch die Demo-Schlampe, die hier vorne gerade wieder rumbrüllt. Ich hoffe, sie beruhigt sich noch im Laufe der Veranstaltung. Reitfahrer! Also, Christ Zähler und Jan Lindquist, bitte. Thomas, die Radfahrer und Rundfrau. Reitfahrer! 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 Reitfahrer!